Also wenn du Angst hast, sagst du uns fort Bescheid, dann nehmen wir die Brille wieder runter. Das macht Katja, kannst du auch? Wenn du willst, kann ich deine Hand festhalten sein. Dann gehst du auf die Ecke. Aber du kannst ja ehrlich sein, wenn es nicht ist, was ich nicht glaube. Okay, lange Rede kurzer Sinn. Ich komme jetzt gleich dazwischen. Ich setze euch die Brillen auf und wenn der Film zu Ende setze ich euch die wieder ab. Du müsstest nichts machen. Und der Film startet sofort. Und das Einzige, was ich schon mal verrate ist, dass zwei Flieger noch Feuer dran sind. Zwei Flieger? Was heißt das? Also die Springer. Ach so. Ich gehe jetzt. Ich gehe schütze. Sie werden etwas nicht mit dem TIP. Die Fans wird nicht wieder ab. Du kannst dich nicht ab. Du kannst dich nicht, du kannst du jetzt ab. Du kannst dich nicht mehr Ab. Du kannst dich nicht hier. Du kannst dich jetzt auf. Dr. Kiste habe raus. Okay? Du kannst dich schon mal ab. Das ist die Schlacht nach. Das ist das. Ich bin da, wenn was ist, auch wahrscheinlich. Ah, mein Gott. Halt dich fest. Siehst du richtig? Ja. Guck mal, dann nimm die Hände. Ist da irgendwas? Das sind ja 3D. Man sieht alles. Die Berge. Meine Hand nicht. Ja. Bleibought. Ich bin extrem lange. Das ist wichtig. Ich bin der Ecke. Ich bin der Ecke.